Das Bundesverfassungsgericht beweist mal wieder seine absolute Bürgerferne mit einer ganz neuen Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, nämlich der, dass jemand, der einmal bei einer Tat oder für eine Tat vor Gericht stand und angeklagt wurde, dann woraufhin freigesprochen wurde, nicht erneut angeklagt werden darf, auch wenn es neue Beweise gibt. Das finde ich persönlich als Nicht-Jurist absolut befremdlich und nicht nachvollziehbar, denn wir haben doch eine ganz andere Entwicklung jetzt mittlerweile in den Jahren, als beispielsweise vor 20, 30 oder auch 40 Jahren, dass dort natürlich noch nicht mit DNA-Hinweisen und Ermittlungen durchgeführt wurden, aber heute eben schon. Aber nichtsdestotrotz, unser gutes Bundesverfassungsgericht sieht hier nicht die Möglichkeit, dieses eben zu ermöglichen, dass man erneut angeklagt werden kann. Wir betrachten die Situation ganz genau. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Lass gerne ein Abo da und dann sehen wir das. In der Welt wird unter anderem darüber berichtet, wie es hier heißt, für nicht dick erklärt. Verfassungsgericht kippt Reform zur Wiederaufnahme von Strafverfahren. So und dann gab es hier 2021, Ende 2021, die in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung, die sei verfassungswidrig und nicht dick, entschied das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe. Und das geht ja zurück auf unsere damalige noch große Koalition, die das Ganze durchgebracht hat. Hier ist es, die heftig umstrittene Reform ermöglichte es, Tatverdächtigen auf Basis neuer Erkenntnisse noch einmal den Prozess zu machen. Der Bundestag hatte die Änderung der Strafprozessordnung, Paragraf 362, noch zu Zeiten der großen Koalition von Union und SPD beschlossen. Und da muss man wirklich sagen, ja, das finde ich persönlich absolut nachvollziehbar und gut, dass das gemacht wurde. Natürlich soll es nicht dahin laufen, dass es heißt, ja, der Kandidat XY, der wurde jetzt freigesprochen vor 30 oder gar 40 Jahren und jetzt steht er dann 2023 vor Gericht, 2026 nochmal, weil man zwei neue Sachen gefunden hat, dann vielleicht 2030 und so weiter und so fort. Versteht mich da nicht falsch, keine Frage. Aber wenn es wirklich ganz eklatante, nachweislich interessante und wichtige Beweise gibt, wie beispielsweise DNA, die natürlich dann in Verbindung gebracht werden kann mit einem möglichen potenziellen Täter, dann sollte dort wirklich die Möglichkeit bestehen, diesenjenigen auch erneut vor Gericht zu stellen. Und eben, er hat ja auch die Möglichkeit, sich dann erneut, wie er es vor etlichen Jahren vielleicht schon mal gemacht hat, nochmal zu verteidigen. Und wenn er nichts zu befürchten hat, kann man natürlich an der Stelle auch sagen, kann er das ja dann auch schlüssig vor Gericht beweisen, nehme ich einfach an. Dass diese Entscheidung jetzt anders gemacht wurde, finde ich wirklich absolut krass. Das Ganze geht nämlich hier drauf zurück, dass geklagt hatte ein Mann, wie es hier heißt, der 1981 eine Schülerin in Niedersachsen umgebracht haben soll und auf Basis neuer Beweise erneut angeklagt wurde. Das Wiederaufnahmeverfahren müsse beendet werden, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König. Ja, und da ist das Ganze ganz genau so passiert. Das ist der Ismet H., wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Und der wurde nämlich vor 40 Jahren bereits wegen des brutalen Mords an der 17-jährigen Friederike von Mühlmann, wie ihr hier im Bild sehen könnt, das Mädel, angeklagt. 1983 aber ganz normal juristisch, einwandfrei, rechtskräftig freigesprochen. Aber jetzt, später konnten ihm DNA-Spuren zugeordnet werden. Ein erneuter Strafprozess war allerdings unmöglich, da, bis auf wenige Ausnahmen, niemand zweimal wegen desselben Verdachts vor Gericht gestellt werden darf, wie es hier heißt. Ja, und das eben sollte dann wieder neu anlaufen und dagegen hat der beklagte H. eben geklagt. Und das Ganze wurde jetzt, oder hier Verfassungsbeschwerde eingelegt, dem Ganzen wurde nämlich jetzt auch stattgegeben und wird es so in dieser Form in unserem schönen Deutschland nicht mehr geben. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, ja, traurig wäre das viel zu geringe Wort, sondern erbost einfach darüber, was hier juristisch wieder mal passiert. Nochmal, ich möchte nicht, dass alle paar Wochen, alle paar Jahre irgendjemand, der wirklich nachweislich unschuldig ist, dann wieder vor Gericht gestellt wird. Aber wenn die Beweislast sehr, sehr interessant ist, sagen wir es mal so, dann muss hier eine Möglichkeit bestehen, das erneut zu überprüfen. Das kann doch nicht sein, dass dann durch Glück oder alte Technik einfach ein Freifahrtsstein besteht. Ganz speziell, hier auf diesen Fall auch nochmal einzugehen, ist es natürlich nachvollziehbar, dass die Betroffenen, Hinterbliebenen, die Familie nach etlichen Jahren damit immer noch nicht abgeschlossen haben. Das ist ja nur nachvollziehbar. Wenn man ein Kind verloren hatte, wage ich mir nichts vorzustellen. Denn hier heißt es, Zitat, ihr Tod verjährt nicht in unserer Familiengeschichte. Und ich glaube, das ist wirklich ganz richtig und nachvollziehbar, diese Aussage hier von den Hinterbliebenen. Ich glaube, die Aussage war von der Schwester. Der Vater ist mittlerweile ebenfalls verstorben. Und das hatte der Anwalt seinerzeit dann gesagt. Hier, jahrelang hatte Frederiques Vater für eine Reform der Strafprozessordnung gekämpft. Unter anderem stellte er eine Petition dafür ins Internet, die rund 180.000 Menschen unterschrieben. Der Kampf sei mit dem Tod ihres Vaters nicht vorbei, lief Frederiques Schwester vortragen. Zeit, schaffe keinen Frieden. Der Schmerz werde nicht weniger. Der Familie hoffe auf Ruhe. Und mein Beileid an diese Hinterbliebenen hier für den speziellen Fall. Aber das sind natürlich auch noch zahlreiche andere Fälle, wo ich mir vorstellen kann, dass die jetzt eben halt nicht wieder aufgenommen werden. Und man muss jetzt natürlich speziell auch nochmal zu diesem Gesetz dazu sagen. Klar, wir haben im Grundgesetz natürlich eine Verankerung, dass das eben so ist, wie es jetzt ist. Und dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Und dazu habe ich zwei Gedanken. Erstmal, ist das denn vom Grundgesetz her noch modern genug? Oder müsste man hier eine Aktualisierung des Grundgesetzes vornehmen, was man mit 75 Prozent im Bundestag der nötigen Stimmen machen könnte? Ist das notwendig? Da könnt ihr eure Meinung mal gerne dazu in die Kommentare reinschreiben. Und der zweite Gedanke, den ich dazu habe. Wie unfähig ist unsere Regierung? Jetzt nicht die Ampel, sondern es kam ja durch die Große Koalition, wie wir gerade eben gehört haben. Aber wie unfähig ist diese Regierung und auch die davor, dass sie noch nicht mal eine Gesetzesänderung so durchführen können, dass sie hieb- und stichfest vor dem Bundesverfassungsgericht ist? Das sollte doch wirklich jedem zu denken geben, was dort offensichtlich für Gesetze gemacht werden, dass die dann vor Gericht gekippt werden können überhaupt. Da muss man sich doch mal wirklich überlegen, was dort mittlerweile gemacht wird, was dort für Kandidaten halt einfach sitzen. Und wir wissen das ja, dass da teilweise Sachen sich ausgedacht und durchgesetzt werden, die dann aber komischerweise, bei dem hier hätte ich es gut gefunden, auf der anderen Seite eben nicht vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden, sondern gesagt wird, ja, ja, ist in Ordnung. Und hier Eilverfahren und sonst was, ja, ja, wird abgelehnt und das machen wir dann nach der Bundestagswahl, wenn wir darüber entscheiden. Ich denke an Lockdown-Situationen, C-Zeiten generell und so weiter. Das ist schon wirklich sehr, sehr befremdlich, was hier passiert. Aber vielleicht hängt das auch mit einem nicht vorhandenen Abendessen zusammen. Ja, wer weiß, wer weiß. Es ist wirklich unfassbar, was hier passiert. Denn man mag sich jetzt mal vorstellen, wir kennen jetzt aktuell Fingerabdrücke seit etlichen Jahrzehnten, DNA-Situationen und so weiter. Aber stellt euch jetzt mal vor, jetzt gibt es irgendwas Neues, was auch immer. Das kennen wir ja noch nicht, aber es kommt jetzt irgendwas Neues. Und jemand wird jetzt gerade heute oder auch im Jahr 2023 freigesprochen. Und in fünf Jahren alleine gibt es diese neue Technik und er kann nicht neu angeklagt werden. Das ist doch nicht gerecht. Da bekommt man doch Angst und Bange dafür, dass man mit diesen Menschen dann hier, dass diese frei rumlaufen. Oder sehe ich das so falsch? Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare, wenn ihr neu seid, ein Abo dalassen. Bis zum nächsten. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal.